Ladies and Gentlemen, Willkommen zurück bei Left 4 Dead, zusammen mit Mati, mit Oho, mit Oho, mit Muten Roshi und mit Ronny. Zusammen sind wir die Sniperser, ballern jetzt alles weg. So sagst du, Ronny und Franz. Musik 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 Schade nach! Okay, kann losgehen Leute. Okay. Wir befinden uns jetzt in einem riesigen Stadium. ich bleib hier okay dafür dass er gerade so viele rauskam jetzt gar nicht mal so viele hier ich hab die küche gefunden slushies sind slushies gut ja ja ich denke weil slushie heißt sind da viele die ich muss aufs klo ich gehe aufs dapenhof ich bin ein jockey okay steh mir doch nicht immer ich hab das recht immer tanzen die mir auf der nase herum wasser 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 ach meine ich hab dir das leben gerettet da soll ich nicht sein seien mir dankbar komm pelos schon wieder hab ich ihm das leben gerettet ich bin auf der bühne ich seh irgendwas hier... die munition liegt hier hier sind auch nochdings ich bin dings hier ist heilung so kann jemand das und wir anschmeißen oder so ich weiß mal was sollen wir jetzt machen warten ok 12 ok ich drücke jetzt die knöpfe bereit für die schau losgehen Und wo denn? Da hinten. Schießt dann drauf. Willkommen! Hier kommt es gut. Achso, die ist ja schon da. Lade nach! Ich hab aber verprüfen wir die eigentlich nicht mit Gitarren, wenn ich auf der Welt nicht stehe. Charger. Okay, Charger tot. Oh, hinter uns! Lade nach! Lade nach. Lade nach! Lade nach! Nice, mach. Lade nach! heute nicht ich habe was großes das ich versuch' zu schießen, aber ich bin soweit Geh drauf Ich bin nicht da, Matti Ich werde nicht was wiederbelebt Ich heil dich A Kal encounter Geh weg du Penner нулuel Ben da, bin dank ... Geh schon aush Kleiner rope meh So, ich heile mich Wow, toll Rochelle Abgeliecht Das geht weiter zu ich nen netten Ort Woop, ich komme! Sehr schön. Da kommen wir noch Molotow. Bam! Hört sich irgendwie sehr eklig an. Granate! Okay, kann weitergehen? Lade nach! Passt auf! Molotow für mich! Wenn ich den alles weiter geblieben habe. Und warum bin ich einfach... Alter, ich habe einen Schuss, hat gekocht. Ich höre einen Clown. Bist du unter auf Waffen? Hat jemand von uns gesehen? Ja. Munition liegt da oben, aber ich werde so auf Waffen. Hier sind nur drei Rohrflossen. Wo? Hier. Hier. Bei mir. Und Benzinbehälter, die wir verteilen können. Oh, oh! Tank! Ich muss ein Tank! Ich sehe aber keinen. Seht! Warum auf mich? Schwulen! Ich verstehe mal hier. Ich verstehe mal hier. Wie ich versuche ein bisschen zu wechseln. Der Pilot sieht uns! Arsch! Speichel! Dings, Punkt! Ja, ja, bin da! Bin da, bin da, bin da! Wunder! Schmeiß der Rohrwaffe! Tank! Jo! Die Heddy ist da. Wie kommt's im Heddy? Okay. Wenn ich das überleben sollte, sagt meiner Mutti. Ich bin ausgewandert. Oh, fuck Tank. Aber wo? Oh, geht's noch auf ein fucking Heddy. Ah, fuck. Ich bin down. Oh my god. Okay, Tank ist down. Das ist Kinderkacke. Ich bin keine Kinderkacke. Komm, komm. Mann. Mann. Noch ein Tank. Dann pisst euch, Mann. Heile mich dagegen. Mann. Oh Gott. Oh, das gibt's doch nicht, Alter. Alter. Finn, rette dich. Rette dich. Ich komm nicht weg. Fuck. Wir haben's geschafft. Rochelle hat's geschafft. Ja, Gott sei Dank. Das heißt ja wohl. Wir sind alle gestorben. Wir sind alle gestorben. Ey, aber wir sind mit... ... 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 Oh, God. Oh, Gott, ey. Wollen wir mal gucken hier. Todesfälle. Ich dreimal, hinten dreimal. Matti viermal, haha. Schnauze. Ja, 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 der Matti nennt mal aus der Gericht. Begrunt für Erster, ja, Schmerzmittel, Adrenalin, Molotor Cocktails, Nahkampfkills, Hunter, ich bin der Hunter, Hunter, 13 Jockeys, Alter, 15 Spitter, das ist sogar mehr als Rochelle. 1034 infiziert, dann warte ich ja sogar mehr. Oh Gott. Wird schon am meisten gestört, ich bin pro. 4704, Alter. Alter. Das war lustig. Dreimal so viel wie sonst. Das war ein Stück. Ja. Ich baue eine Klebehause. Ja, ciao. War ich der Host? Ja, du warst der Host. Nein, war ich der Host? Okay. Wir waren geil bis zur nächsten Woche. Finn sagt, wir waren geil bis zur nächsten Woche. Haut da rein. Ciao. Okay.